und damit hallo und willkommen zurück bei firewatch das letzte mal wo wir gespielt haben das ist schon eine zeit lang her der rauch hat sich bis dahin auch noch nicht verzogen wir waren genau also die leier hat uns das letzte mal noch signalisiert über das plakat dass wir hier nach cottonwood gehen sollen weil sie was rausgefunden hat über den typen der uns verfolgt und das haben wir dann auch getan sind dann bei diesem kränklichen baum stehen geblieben ich glaube die ski konnten wir uns noch anschauen oder den einzelnen ski ansonsten sind wir auf nichts weiteres gestoßen und dringen jetzt mal weiter vor ins territorium man merkt eindeutig die auswirkungen des june fire also des großen feuers des hier seit einigen monaten oder ich weiß es gar nicht schon lodert da war eine sprechblase ich sehe gerade entschuldigung ich muss glaube ich mal die untertitel wieder anzeigen also wir sollen die box finden und der code ist 5678 also wieder mal ein unglaublich sicherer code ich drücke schon wieder shift statt r zum rennen ist irgendwie komisch bei dem spiel afi ist auch immer irgendwie dieses rascheln im gebüsch macht mich irgendwie gerade ein bisschen fertig weil man ja weiß dass uns jemand verfolgt oder dass uns jemand zuschaut auf dem fadet ist eigentlich nicht mehr so gut Ich habe es jetzt. Gut, ich habe das ganze Zeit bekommen, das Radio zu bekommen. Ich gehe zu einem Cashbox, leid zu einem Ranger, leid zu einem anderen Ranger, und hoffentlich, du stehst jetzt eine clean, untappte Radio. Hoffentlich. Holy fuck, Henry, wir müssen in diese Seite. Was ist passiert? Die Leute hören uns? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Unsere Radios sind verabschiedet? Bist du wirklich ernsthaft? Unsere Radios sind definitiv verabschiedet. Das ist warum ich dir die, die du gerade bekommen hast. Wie ist das überhaupt möglich? Ich weiß nicht, Henry. Was du wissen? Ich weiß, dass ich Angst bin. Kein Sinn macht. Wer macht das? Ich weiß nicht, wer könnte das machen. Henry, ich bin bei diesem Job auf und auf 13 Jahre. Einmal hier, einmal neben Jackson. Einmal neben Winn River. Und nichts wie das... ... hat ever happened before. Ich habe einfach verabschiedetze auf dem Boden, denn ich weiß nicht, wer könnte es sehen. Das ist wirklich passiert. ... 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 Und du, Delilah, bist du nicht real. Henry, think about her. Wenn was zu ihr passiert, du wirst nicht mehr zu verstehen. Okay. Henry, ich bin real und das ist passiert. Ich bin real als die Welt blühe. Take ein Moment und dann wiederholen mich. Ich bin auf deine Seite. Ja. Das würde mein innerer sich auch sagen. Ich bin an deiner Seite. Fakt es mir eigentlich ständig in meinen Kopf hinein. Du bist cool. Ich bin an deiner Seite. Alles gut. Okay, I'm alright. I'm headed towards the site. Good. Keep your head up. Ja, leichter gesagt als getan. Ähm. Wo müssen wir jetzt hin? Hoppla. Ach, wieder der Weg nach Vapiti Meadow. Also, den ganzen Weg wieder zurück. Okay, okay, okay. Entschuldigung. Mein Gott. M. Ja, ich bin wirklich gespannt, was es jetzt mit dem ganzen Aufsieg hat. Der Baum ist so cool. Ich habe dem Programmierer einen Stein in den Weg gelegt. Und es wird auch irgendwie alles immer apokalyptischer. Mit dem ganzen rötlichen Himmel und dem ganzen Nebel. Und... Naja. So, ich muss hier irgendwo rein. Ich bin gar zu faul auf die Karte zu schauen. Ich glaube, dass das hier hinten war. Hier war's. Bevor wieder unser aller Freund Shorty sagt, ich hätte keinen Orientierungssinn in Spielen. Bloß, weil ich mir ab und zu mal was antau. Hä? Hey, uh, I just thought of something not, um, not great. Dann behalt's für dich. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Oh, shit. Fuck. My thoughts, exactly. Our radios were tapped. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Fuck, Delilah. Fuck, indeed. We really need to get to the bottom of this. Which is why we need to get to the bottom of this. And then someone wants to get theIRE on. Guys. Thank you so much to me. Thank you very much. die luft hier wohl riechen muss auf der einen seite wahrscheinlich richtig schön frisch und auf der anderen seite rauch ich wie an dem lagerfeuer so fall nicht wieder runter henry so 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 Ah, da werden Erinnerungen wach. Huh, was denn das? Okay, das ist nur die Spiegelung. Ich dachte schon, irgendwie wären hier die Lithiumbatterien von unserem Radio, den wir da reingeschmissen haben, ausgelaufen. Das wäre auch gut gewesen. Ah, so, wo muss ich jetzt hier hoch? Hier hinten könnte man hoch. Und hier auch. Ja, am Anfang erscheint einem dieses ganze Areal noch immer ziemlich groß und unübersichtlich. Und irgendwann fängt man aber dann doch an, dass man sich ein bisschen auskennt. Okay, wir müssen da anscheinend runter. Ich schaue vor sich jetzt einfach nochmal. Ja. Da oben ist das Gate. Okay. Okay. Nope. oh mein gott der obligatorische flenderzaun oh no music Okay, kein Alarm. Ich bin enttäuscht. Ist so geil. Aha. If you are trying to... Obwohl, Moment. An das Personal von Vapiti Station. Dr. Simmons befindet sich vom 15. August bis 15. Oktober in der Einrichtung. Dr. Johnson ist für die hochschuleigene technische Ausrüstung verantwortlich. Für regierungseigene technische Ausrüstung ist Cat Ferdinand zuständig. Was für ein bescheuerter Name. Zur Erinnerung, dies ist ein kontrolliertes Gebiet. Sämtliche Probleme, Fehlfunktionen und Verstöße sind umgehend zu melden. Entschuldigung. Ja. Toll. Super gemacht, Henry. Ach, Mensch. Ja, ich wollte es eigentlich über den Zaun werfen. Er legt es auch nicht wieder zurück. Na gut. Irgendwie schaut die Gegend hier noch dunkelroter aus. Es wird auch langsam Nacht. Ach nö, nicht gut, Bro. Okay, ich bin auf der Seite. Ich sehe niemanden. Glück für uns. Ja, Glück für uns. Dee, da gibt es ein paar komplexe Coms-Equipment aus hier. Wirkliche. Was bedeutet das? Ich spreche eine große, 20-Foot-Tall-Transmission-Tower. Und sie können wahrscheinlich hören, wer sie wollen. Sie sind in dieser Valle, das macht es nicht möglich für Sie oder jeder Lookout zu sehen. Die Bäume werden auch immer komisch, ja? Boah, Alter. Oh mein Gott. Sie pflanzen Sachen an. Nein. Sie sind Gärtner. Biologen. Oh mein Gott. Na gut. Geht sie hinten noch weiter. Will nur mal kurz reinschauen. Oh Gott sei Dank, die Musik geht zu Ende. Hallo, R2. Ich bin hier. Ich habe euch vor allem Schreiber gegründet. Oh Gott. Das Gerät auf den Rücken, alle hückeln an der Komponenten. Ich weiß nicht, ich bin wirklich nicht auf der Hive-Tecke. Das Gerät ist nicht aus der Hardware-Tower. Ja, ich bin natürlich in der Hardware-Tower. Ich hab schon gesagt, da oben sitzt was drauf. Eine Spinne oder so. Eine Riesenspinne. So, keine Ahnung. Ich will da mal nicht drauf gehen. Ich bin in einem Zelt. Hätten aber auch aufräumen können. Eine Tasse. So, wir haben alles, was wir brauchen. Lasst uns gehen. You love Wyoming. So, der Minentest. Alles ist gut. Ich bin der Main Monitoring Desk. Oh mein Gott, was du sehen? Ich glaube, ich würde nur etwas glauben. Hier ist eine Box mit einem Dial. Es hat eine Kugel. Es hat eine Kugel, wie es die Erste kreiert. Wie sie sich selber immer so Gedankenschlösser bauen. Das sieht möglich. Das ist verrückt! Sie measureieren die barometricen Pressure, too. Warum? Vielleicht ist es nur eine Diversion. Das sieht aus wie es aus dem Shuttle wurde. Ich muss euch sagen, wenn ich herausgefunden habe, dass es NASA war, dann wäre ich viel glücklicher. Ja, lieber NASA als NSA. Ich habe hier ein Bild, das zeigt, dass sie unsere Menschen-Movements tracken. Die Bildung hat alle verschiedene Weg und Bereiche gemerkt. Es sind Linien, die sehen wie einige der Weg, die ich normalerweise nehme. Sind Sie positiv, dass es Sie? Ich bin nicht sicher, aber ich glaube so. Zielpersonen, Frequenz, Geschlecht, soziale Rolle. 4022 433,87 MHz MMO Häufiger Weggang aus Gebiet Two Forks 914 433,84 MHz 427,83 MHz WPE Vermeidungsverhalten Ältere Daten konsultieren Ach herrje 3887 Nein, äh, blödsinn 3871 433,92 MHz MMO Nicht erwidertes Verlangen nach Beischlaf Konflikt mit anderen männlichen Personen Herrgott 427 427,23 433,76 MHz 433,76 MHz M N D Unverhältnismäßige Nahrungsaufnahme WTF WTF Äh Okay, so there's a log here that tracks the movement of four distinct subjects You and me? Uh, yeah, definitely me, and I suppose you too What about the other two? I have no idea, maybe another couple that's out here, do you have any ideas? It's just you and me, Henry Yeah, I know We'll talk this over and figure out how to get the hell out of here Well, there's nobody here, it's just tents and equipment and, yeah, that's it Look everywhere, maybe you can find something that will help us know what's going on This place just, it feels like there's bad shit afoot, you know, it's sterile, dead Hopefully we find some proof to back that up Das hoffe ich auch Guts, kann man sonst noch hier irgendwas finden? Oh Gott, eine Nudeldose Eine Erdnussbutterdose Ne, Nudelsoße Was sind das nur für schlechte Menschen? Achso, kann ich nur nehmen Na gut Zerspringt die? Bestimmt nicht Schön wär's Oh Mach nur so'n flopfendes Geräusch Mach nur so'n flopfendes Geräusch I just wonder where they are All of their stuff is here And they know you're there, so see what you can find and get out This place sleeps three, they've got a row of cots here So they live and work in the same tent? Yeah, it's all one operation Hm, like us Yeah, like us Na gut Ja Es steuert so langsam auf das Ende zu, glaub ich Und Und Man darf auch irgendwie gespannt auf den Rückweg sein, weil ich hab das Gefühl Wir kommen hier nicht so einfach wieder raus Ähm Wie wir hereingekommen sind Oder vielleicht kommen wir ja gerade so einfach raus wie wir hereingekommen sind Vielleicht ist ja irgendwas im Argen, ich weiß es nicht Aber das werden wir in der nächsten Aufnahme sehen Bis zum nächsten Mal Leute Hat Spaß gemacht Euer Pflüginski Ich 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 Ich